Die AW Schulze GmbH wurde 1878 gegründet und ist ein innovatives Industrieunternehmen in der Herstellung statischer Dichtsysteme für Chemie, Petrochemie, Pharmaindustrie, Maschinenbau, Apparatebau, Schiffbau und Rohrleitungsbau. Nutzen Sie unser Know-how und unsere langjährige Erfahrung. Unser Leistungsspektrum reicht von der Berechnung über die Prototypherstellung bis hin zur serienreifen Herstellung ganzer Dichtsysteme oder auch Einzellösung für Ihre Anforderungen. Sie finden bei uns ein breites Sortiment an Materialien, Materialkombinationen und speziellen Konfektionierungen. Alles zu sehr guten Konditionen. Ein leistungsstarker Maschinen- und Werkzeugpark, der den neuesten Anforderungen entspricht, steht hier für die Herstellung Ihrer Produkte bereit. Neben den herkömmlichen Stanzmaschinen sorgen elektronisch gesteuerte Schneidemaschinen für kürzeste Lieferzeiten. Bei allen Geometrien. Speziell im Bereich Leichtbaukonstruktionen hat sich unser Unternehmen in dem stark umworbenen Markt ganz vorn etabliert. Hier entwickeln wir gern mit Ihnen gemeinsam zukunftsorientierte, nachhaltige Lösungen für innovative Endprodukte. Für die Umsetzung verfügen wir über ein breites Halbzeuglagersortiment neben mehr als 5000 Standards ab Lager. Kostenreduzierende, flexible Liefersysteme, wie zum Beispiel Kanban und Fullload, haben seit Jahren einen festen Platz in unserem Hause. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.